ja leute willkommen zu der ersten folge nemesse 6 und ja leute jetzt gerade vor dem start ich bin die erste folge alleine der mermaid bei emse heute aber nicht fibo kann kann heute nicht und er wird dann wenn ich überlebe ab der nächsten folge dabei sein und ja leute wir sind dann beim start denn ich nehme das jetzt einfach schon 20 minuten vom start auf damit ich ganz gechillt bin und dann sehen wir uns gleich lol ich hab den block schon so leute planen es heute zu überleben also klar alter jetzt einmal weg ich bin ein bisschen erkältet ich bin jetzt einmal weg bevor mich hier noch jemand tötet weil die anderen hatten ja schon fast ein schwert deswegen darauf lasse ich mich hier nicht ein so scheiße verkauft wird und was haben wir schon mal da vorne sind kühl ist mega nice so das jetzt ist alles ziemlich safe kommt einer ich glaube die sind jetzt nicht hinter mir also ich bin jetzt schnell aber ich bin jetzt mal zurück vielleicht ist mir jetzt ein bisschen zu sein halt so es ist es ist die ich habe dass der Nein! Wie die alle nur Leder droppen, Digga. Echt'n Scorer. Da fänd' mir eigentlich, wär das schon mal ziemlich nice. Die singen Scorer, Digga. Mein Plan ist jetzt irgendwie nicht, ähm... So, hab ich aber nicht gemerkt. Fast wirklich schon 10 Minuten, Digga. Ist ja mega kurz. Ganz kurz, einfach rein. Ich geh jetzt hier rein. Die Leute, 10 Minuten, das wusste ich gar nicht. Ich hab gedacht, das wär schon länger. Liegt vielleicht aber auch am Drangeln. Aber es scherben mal nicht so viele Leute. Das ist schon klar. Aber es sind ja jetzt noch nicht so krass hier geschossen. So mehr wie bei Baro 4, aber... ...nicht so krass viel wie jetzt. Der Holzbaro war ziemlich extrem. Oh ja, nice. Ich fand's sogar rein. Nice, haben wir schon mal alles für unter die... ...für... ...für ne Hölle haben wir jetzt schon mal alles. Ich kann's jetzt n'n Schein-Shot machen. ...und noch mehr für ne Päcke. ...und noch mehr für ne Päcke. ...signen guten Namen. Ne, ist ja kein... ...ne, ist ja kein... ...das ist halt leicht, aber es geht eigentlich noch für das ich eigentlich alleine spiele. ...und noch mehr. 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 Die ganzen Tiere machen mich hier gerade echt nervös. Auch Regen, Alter. Mega toll ist das. Jetzt habe ich es aber wirklich schon noch vier Minuten. Das ist nicht so. Ich kann mir verputzen. Ich kann mir verputzen. Ich kann mir verputzen. Wir sind da oben wieder im Maro 3. Das ist wichtig. Was ist das? Wir machen uns auf die Auge. Das ist fast nicht recht. Das wäre nett. Jetzt ist die Auge. heute weiß so cool bin dann ging noch 4 4 mache ich mir einfach hier das ist so nilge ich bin cool weil es ist einfach nur ein bisschen schutz falls es wirklich in das team kommt dann ein bisschen fleißig weil da klingt es schon manchmal ein halbes herz oder so ein halbes herz kann ich manchmal aber auch nicht so schlecht sein essen sieht es aber auch nicht so schlecht aus so Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh Ah Okay, da habe ich jetzt noch etwas zu tun So Ich stehe jetzt noch ein bisschen weiter. Das war's dann mit der ersten folge nemesis ab nächstem folge ist dabei und ich jetzt sagen leute wir haben überlebt haben schon recht gut und dafür unter die höhle also für eine höhle oder halt einfach für die das fahren und so ich jetzt sagen möchte dann bis zur zweiten folge